Er ist so fit, er ist so gut drauf und er fröhnt seiner Leidenschaft, nämlich der Musik. Ach, was sag ich, seiner Musik. Er ist berühmt geworden als der Mann am Saxophon. Er ist Deutschlands Swing-Legende. Herzlich willkommen und vor allen Dingen herzlichen Glückwunsch, Max Greger. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Also, ich gratuliere ganz, ganz herzlich zum Geburtstag, lieber Max. Von Herzen alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit. Und wir freuen uns wirklich riesig. Ich finde es ganz, ganz großartig, dass Sie heute hier bei uns sind, dass Sie mit uns Geburtstag feiern. Und jetzt singen wir, meine Damen und Herren, oder? Drei, vier. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Dina Maas. Happy Birthday to you. Thank you. So, dann wird das Tänne gewesen sein. Ja. Nicht zu glauben, nicht zu glauben. Ja, Mensch, wenn einer seinen Geburtstag nicht zu Hause feiert, sondern auf der Bühne. Auf der Bühne, ja. Das wissen wir natürlich zu schätzen, ne? Das ist großartig. Aber ich glaube, so ein Musiker, der gehört einfach auf die Bühne, egal ob Geburtstag ist oder nicht. Und selbst wenn die Ehefrau mal ein bisschen sauer ist, ne? Ich glaube, den 80sten, da waren Sie auch nicht zu Hause, ne? Da war ich auch auf der Bühne. Da war sie nicht so besonders begeistert, ne? Dann war ich auch auf der Bühne, da war ich in Köln, aber das gehört einfach dazu. Ja, und ich meine, man sieht ja auch, das hält ja auch fit. Das hält fit, ja. Ja, das ist ja, ich meine, Musik ist ja super. Guck, meine Damen und Herren, passen Sie mal auf, gucken Sie sich doch mal diesen jungen Mann hier an, ne? Was denken Sie denn, wie alt er ist? Ne, also der guckt auch so ein bisschen rüber und sagt, ach, der Max, ne? Hugo Strasser ist 88. Ach, was sage ich, in fünf Tagen ist er 89. Man darf ja noch nicht gratulieren, aber man darf zumindest das Kompliment loswerden, dass ihr euch super gehalten habt und ich glaube, die Musik ist ein bisschen schuld dran. Ihr geht zusammen auf Tour, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute für all das, was ihr noch vorhabt. Und es war super, dass er heute da ist, ne? Lass dir erzählen, jetzt sind wir am Montag in meiner Heimatstadt in München und dann in Ulm und dann geht's nach oben. Dann sind wir Frankfurt, Köln, äh, Hamburg, Berlin und dann... Das könnte ich mir schon nicht mehr alles merken, Mensch. Doch, doch, doch. Dann sind wir in Saarbrücken und dann geht's rüber nach Leipzig ins Gewandhaus. Also wir freuen uns auf unser treues Bock. Wir sind ja auch nicht alleine, wir beiden. Der Peter Graus ist dabei und die SWR Big Band ist dabei. Also wir sind in guter Gesellschaft. Großes Fest, wie immer, ne? Großes Big Band Happening. Der Peter ist natürlich jünger wie der Hugo und ich. Wir sagen, es ist unser Nesthäckchen. Ja, ich glaub da. Also habt viel Spaß. Wir danken euch bei Hugo und behalten den Max noch ein bisschen bei mir. Max, ich möchte, dass wir zusammen jetzt mal darüber gehen. So, Vorsicht, ne? So, mein lieber Max. Dein Max, ich möchte, jetzt auch den 16.000 Song. ... ... ...